Und so einfach kannst du mit dieser coolen Methode 120 Euro mit einem Aufwand von 10 Minuten verdienen. Und das Beste ist, du brauchst dafür keine Steuern zu zahlen, du brauchst kein Gewerbe anzumelden und du kannst es immer wieder und wieder machen und so mehrere tausend Euro pro Monat verdienen. Und wenn du dieses Video bis zum Schluss anschaust, dann verspreche ich dir, du kannst sofort beginnen Geld damit zu verdienen, garantiert. Hallo, hier ist Steve von Geniale Geld Ideen. Ich zeige dir heute in diesem Video eine wirklich geniale Geld Idee und zwar ein Live-Experiment. Ich zeige dir, du kannst mir über die Schulter schauen, wie ich es schaffe, mit einem Aufwand von insgesamt 10 Minuten 120 Euro zu verdienen. Und das kannst du auch, wenn du Schritt für Schritt nachvollziehst, was ich hier vormache. Du brauchst dafür kein Gewerbe, du musst dein Gesicht nicht zeigen, du musst sogar, zumindest in Deutschland, noch nicht einmal Steuern dafür bezahlen und du wirst garantiert damit Geld verdienen. Das Geheimnis heißt Matched Betting. Das heißt, es geht um abgestimmte Sportwetten, aber keine Sorge, du brauchst keine Risiken einzugehen, denn du kannst nicht verlieren. Darum heißt es ja abgestimmte Sportwetten. Und ich zeige dir wirklich live im Experiment, wie du, indem du einfach nur einer simplen Anleitung folgst, garantiert Geld verdienen kannst. Und zwar mit einer ganz bestimmten Art der abgestimmten Sportwette, nämlich mit dem sogenannten Dutching. Und die Idee dabei ist ganz einfach. Du wettest im Grunde bei einem Fußballspiel auf alle möglichen Ausgänge eines Spiels. Also du wettest hier beim Wettanbieter Nummer 1 zum Beispiel darauf, dass das Team Nummer 1 gewinnt. Und bei einem anderen Wettanbieter wettest du darauf, dass das Team Nummer 1 verliert oder dass das Spiel unentschieden endet. Also alle drei möglichen Ausgänge sind eben dort abgedeckt, weil du aber bei unterschiedlichen Wettanbietern kostenlose Bonuszahlungen erhältst, dafür, dass du dich dort registrierst, hast du die Möglichkeit, diese Boni freizuspielen und so Gewinn zu machen, egal wie das Spiel ausgeht. Und einer der erfolgreichsten Anbieter, mit dem ich lange schon zusammenarbeite, ist Quotenbulle. Und bei Quotenbulle kriegst du im Grunde alles schon fix und fertig vorgegeben, ohne Risiko 100% Gewinn rauszuziehen. Und dabei musst du überhaupt nichts können. Du musst noch nicht mal einmal im Leben irgendeine Sportwette selber abgesetzt haben, denn du kriegst hier Schritt für Schritt Anleitungen, Tutorials, alle Software und alle Tools, die du benötigst, um einfach das Ganze Schritt für Schritt nachzuvollziehen. Und ich zeige in diesem Video wirklich alles. Und zwar, wie du dich bei dem ersten Wettanbieter registrierst als Basiswettanbieter. Ich zeige dir, wie du dich für die erste Bonusrunde registrierst bei dem zweiten Wettanbieter. Ich zeige dir einen kompletten Durchlauf und der dauert drei Minuten. Dann hast du alles erledigt und musst einfach nur die Informationen übernehmen, die dir Quotenbulle schon übermittelt. Dann zeige ich dir, wie viel wirklich da rauskommt und das ohne, dass du ein Risiko eingehst. Reiner Gewinn. Und wenn du bis zum Schluss dran bleibst, bekommst du von mir als kleines Goodie, sogar wenn du dich über meinen Link bei Quotenbulle registrierst, einen Gutschein von 10 Euro, kannst also sogar noch mehr Geld dabei sparen und letztendlich mehr Geld gewinnen. Alles das jetzt hier in diesem Video in einer Live-Demo, wie einfach das Ganze ist. Wenn du das cool findest, dann freue ich mich natürlich wie immer über ein Like für dieses Video. Viel besser ist noch ein Abo, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast. Und wenn du dann rechts oben auf die Glocke klickst und alle Benachrichtigungen aktivierst, dann kriegst du automatisch eine Info, wenn es hier bei Geniale Geldideen mehrmals in der Woche neue Geniale Geldideen zum smarten Investieren und zum Geldverdienen im Internet gibt. Also schnell abonnieren, registrieren und liken, damit du kein neues Video mehr verpasst. Dafür sage ich herzlichen Dank. Und jetzt steigen wir ein in das tolle und faszinierende Geheimnis der abgestimmten Wetten mit Quotenbulle. Wie gesagt, im Grunde kriegst du alles komplett vorgegeben und du musst jetzt auch hier in der Basisversion nichts erstmal bezahlen. Es gibt also keine monatliche Zahlung, um diese Services zu nutzen, sondern du kannst ganz einfach dich kostenlos registrieren, wenn du hier auf Auswählen klickst und hast dann eben die Möglichkeit, ohne erstmal an Quotenbulle irgendetwas zu entrichten, zwei Bonusdurchläufe bei Wettanbietern zu durchlaufen. Und das bedeutet, du hast die Möglichkeit, 120, sogar bis 130 Euro je nach aktueller Quote Reingewinn mitzunehmen. Und innerhalb von Deutschland sind Gewinne aus Glücksspielen tatsächlich zurzeit steuerfrei. Also hast du hier auch nichts Großartiges mehr abzuführen und du brauchst dafür auch kein Gewerbe anzumelden. Und ich zeige dir gleich live, wie ich diese erste Bonuswette durchlaufe. Die bringt dir etwas über 50 Euro innerhalb von 5 Minuten, innerhalb von 10 Minuten Aufwand hast du dann in der zweiten Wette insgesamt 120 bis 130 Euro Reingewinn. Das klingt faszinierend und unmöglich, aber es ist tatsächlich möglich ohne jegliche Vorerfahrung und ich zeige dir genau, wie es funktioniert. Und das ist wirklich super einfach. Du brauchst natürlich, weil du mit einem Wettanbieter spielst und echte Wetten platzierst, ein kleines bisschen Startkapital, aber das sind, das zeige ich dir gleich live, circa 200 Euro, mehr musst du nicht investieren und du kriegst das natürlich wieder zurück, nachdem alles durchgespielt wurde, inklusive deines Gewinns. Also du kannst nur gewinnen, weil du 0% Risiko hast. Wir werden also erst die Registrierung beim Basiswettanbieter durchführen. Das zeige ich dir ganz genau Schritt für Schritt. Du musst mir nur an die Schulter gucken. Dann registrieren wir uns für die Bonusrunde Nummer 1. Das wird dir alles vorgekaut bei Quotenbulle und dann werden wir unsere erste Wette platzieren und das ist wirklich super, super einfach und schon haben wir den ersten Gewinn realisiert. Also du registrierst dich kostenlos im Idealfall über meinen Link. Würde mich sehr freuen. Kriegst dafür sogar noch 10 Euro Bonus geschenkt. Mit dem Gutscheincode Geldideen10 findest du aber unten in der Videobeschreibung auch noch einmal. Dann kannst du dir nochmal 10 Euro zusätzlich sparen und dann kannst du direkt loslegen. Also wir steigen ein mit Schritt 1 und registrieren uns ganz einfach beim Basiswettanbieter. Und das ist in diesem Fall BWIN. Und wie das funktioniert, das kannst du dir alles hier im Dashboard, sobald du eingeloggt bist, ganz, ganz einfach durchlesen. Dazu gehst du ganz einfach hier auf die Tutorials oben. Da findest du das komplette Daging Tutorial und das komplette Tutorial rund um die Wettbörsen. Und wenn du hier draufklickst, dann siehst du, wie einfach das ist. Du machst die Schritte einzeln durch. Es gibt eine allgemeine Einführung, die notwendigen Vorbereitungen, die Matchbetting Tools. Alles ist eben hier vorgestellt. Und du wirst Schritt für Schritt durch die ganze Geschichte durchgeführt. In Schritt 2 werden wir jetzt die Vorbereitungen eben ganz einfach mal durchführen. Und uns beim Basiswettanbieter ganz einfach mal beim BWIN anmelden. Konto eröffnen, erstes Geld einzahlen und schon ist alles platziert. Hier findest du die komplette Anleitung. Du kannst aber auch einfach hier mir über die Schulter schauen und dann geht es direkt los. Ich klicke einfach hier zum Buchmacher BWIN. Dann wirst du automatisch weitergeleitet. Und hier erstellen wir uns jetzt mal eben in zwei Minuten ganz einfach ein niegelnagelneues Konto. Dazu klickst du oben rechts auf den Bereich Registrieren. Und dann wird das entsprechende Formular geladen. Hier gibst du deine E-Mail-Adresse an und erstellst ein Passwort und klickst dann ganz einfach auf Weiter. Gibst dann hier deine persönlichen Informationen, Vorname, Nachname, Geburtsname, Geburtsdatum und so weiter an. Dein Land, in dem du lebst. Und das ist wichtig, dass hier wirklich die echten Dinge angegeben werden, damit hinterher dein Konto verifiziert werden kann. Du klickst hier einmal auf E-Mail für die Legitimierung und Bestätigung, stimmst allen Bedingungen zu, klickst auf mein Konto erstellen und kannst hier, ganz wichtig, das individuelle Limit bis zu 1.000 Euro festlegen. Und gibst dann hier eben den Betrag von 1.000 Euro ein. Den musst du nicht einzahlen, aber das ist das Maximum, mit dem du hier agieren kannst. Du klickst auf Speichern und in dem Moment ist dein Konto erstellt. Jetzt ist es wichtig, dass das Konto verifiziert wird. Du klickst auf Verifizieren. Ich mache das hier mit einer Sofortüberweisung, klicke dann ganz einfach auf Jetzt einzahlen und dann wird automatisch das Konto verifiziert. Ich klicke nur für Sportwetten und zahle hier 100 Euro über eine Sofortüberweisung ein. Dann habe ich auch schon gleich die Basiseinzahlung gemacht. Ich mache das hier über die Consorse Bank, klicke einfach nur weiter. Meine Kontonummer zeige ich dir jetzt nicht. Hat das mal eben ausgeblurrt. Und in dem Moment ist dann das Geld schon bei BWIN eingetroffen. Und das ist dann dein Guthaben, was du hier hast. Du klickst auf OK und schon ist alles soweit erledigt. In Schritt 2 eröffnen wir jetzt dann ein Konto beim Wettanbieter Winamax. Das machst du, indem du hier einfach auf Konto bei Winamax öffnen klickst. Dann wirst du auch hier automatisch weitergeleitet. Direkt von Quotenbulle kannst du hier Benutzernamen, Passwort etc. auswählen. Also genauso wie wir es beim Basis-Wettanbieter gerade auch gemacht haben. Klickst dann entsprechend auf Weiter und kannst dann da dein Konto eröffnen. Hier gibst du noch deine persönlichen Daten wiederum ein. Vorname, Nachname, Geburtstag, Geburtdatum, Geburtname usw. Ganz wichtig wiederum, damit das auch funktioniert und auch hier deine Kontoeröffnung verifiziert werden kann. Auch hier gibst du ein monatliches Einzahlungslimit ein. Genauso wie beim Basis-Wettanbieter von 1000 Euro bestätigst dann hier die Wettbedingungen und hast dann dein erstes Konto schon eröffnet. Ist aber noch nicht ganz verifiziert. Das machst du, indem du jetzt hier in dein Gmx-Postfach, das ist bei mir, wechselst und die Mail, die du von dem Wettanbieter bekommen hast, ganz einfach bestätigst. Dann wirst du wieder zurückgeleitet und kannst dann den Code hier eingeben, den du in der E-Mail-Bestätigung bekommen hast. Dann ist nun mal die E-Mail-Adresse bestätigt. Jetzt siehst du oben, was letztes noch fehlt noch, ist jetzt die Registrierung abzuschließen. Das machst du, indem jetzt eine Identitätskontrolle durchgeführt wird und ich mache das über meine Handynummer. Das heißt, ich gebe hier meine Handynummer ein, lasse mir einen Aktivierungscode zusenden und die gebe ich jetzt mal hier eben ein. Der ist nämlich jetzt gerade aufs Handy gekommen. So, klick auf Bestätigen und dann ist meine Handynummer ebenfalls hinterlegt. Also das ist alles erledigt. Das Letzte, was fehlt, ist die Identitätsprüfung. Und das kannst du hier ganz, ganz einfach machen, zum Beispiel über eine sogenannte 1-Cent-Pin. Das heißt also, du kannst die Daten mit einem Klick hier prüfen lassen, musst deine Bankverbindung eingeben und dann wird automatisch eine Online-Abfrage bei der Schufa gestellt. Du klickst auf Daten prüfen und in dem Moment kriegst du eine Überweisung auf dein Konto mit einem vierstelligen Code. Und das dauert in der Regel mal so ein, zwei Tage. Ich habe das gemacht und werde mich dann gleich wieder melden, sobald das Geld eingetroffen ist und der Code, der dazu gehört, ebenfalls auf meinem Bankkonto hinterlegt ist. So, und jetzt ist es soweit. Das hier ist mein Konto und da siehst du die Überweisung mit dem entsprechenden Code 1529. 1 Cent haben sie mir überwiesen. Jetzt kann ich hier wieder zurückgehen in den Account, gebe hier den Code ein. 1529, kann das Ganze bestätigen und in dem Moment ist mein Konto bei Winamax registriert und verifiziert. Und ich kann hier das erste Geld einzahlen. Auch da gehe ich hier rechts oben über den Punkt Einzahlen und zahle auch hier 100 Euro ein. Das bedeutet links, ich kann hier zusätzlich zu dieser Einzahlung 100 Euro Free Bets bekommen und mache das auch hier über eine Sofortüberweisung. Gebe hier den Einzahlungsbetrag ein. Das sind 100 Euro. Dann wird das Ganze eingegeben und über die klare Sofortüberweisung dann entsprechend hier von meinem Konto abgebucht. Und dann kann ich hier, ist ganz wichtig, das Häkchen sitzen bei Willkommensbonus akzeptieren, sonst funktioniert das nicht. Klicke auf Bestätigen, habe dann meine 100 Euro in Free Bets bekommen. Außerdem noch 20 Euro Startguthaben. Siehst du oben rechts bei Free Bets 20 Euro. Die 100 Euro wurden mir ebenfalls gutgeschrieben. Wenn ich das jetzt hier nochmal aktualisiere, dann siehst du oben mein Kontostand. Eingezahlt habe ich 100 Euro und daneben die 120 Euro in Free Bets. Das heißt also, einen Bonus von 120 Euro habe ich auch schon bekommen, den ich jetzt nur noch quasi freispielen muss, um damit dann Geld zu verdienen und garantierte Gewinne einzufahren. Und das war schon die gesamte Vorbereitung. Und jetzt können wir innerhalb von 5 Minuten die allererste Wette platzieren und gewinnen. Und du kannst jetzt gerne deine Stoppuhr mitlaufen lassen. Wir brauchen weniger als 3 Minuten, um hier jetzt unsere Wette zu platzieren und in 3 Minuten über 50 Euro zu gewinnen. Dazu gehen wir hier in die Wethistorie bei Windermax rein und geben kurz ein, dass wir gerade 100 Euro dort eingezahlt haben. Ich kann das Ganze speichern. Und jetzt müssen wir entsprechend unsere ersten beiden Wetten platzieren, um dieses Geld zu gewinnen. Also los geht's. Wir können hier nochmal runter scrollen. Das haben wir alles schon erledigt. Die Einzahlung und so weiter. Und sind jetzt in Schritt 4, nämlich die Bonuswette suchen und platzieren. Und suchen musst du gar nicht viel. Das geht automatisch über den Klick auf den Dutching-Sucher hier. So, und wenn du hier drauf klickst, dann kommst du in den Dutching-Sucher. Und da sind im Grunde schon alle geeigneten Spiele verfügbar. Und nehmen wir an, wir würden uns hier für das zweite von oben entscheiden. Gladbach gegen Leverkusen. Dann siehst du auch die Pro-Quote 2,1, die Gegenquote 1,75. Und mit einem Klick auf den Taschenrechner rechts hier öffnet sich automatisch dann der Dutching-Rechner, damit du genau weißt, was du setzen musst, wie viel du einsetzen musst, bei welchem Wettanbieter, um dann entsprechend dein Geld zu bekommen. Zum Beispiel bei Winamax, 120 Euro musst du einsetzen zu einer Pro-Quote von 2,1. Und mit einem Klick hier auf das kleine W, was du automatisch zu dem Wettanbieter eben weitergeleitet. Das haben wir ja gerade schon alles gemacht und registriert. Du kommst dann automatisch zu dem richtigen Spiel, Gladbach gegen Leverkusen. Und das ist eben die Pro-Wette. Also du musst jetzt darauf setzen, dass Gladbach gewinnt oder das Spiel unentschieden endet. Da steht hier Blattbach oder unentschieden zu der Wettquote von 2,1. Genau das hat uns der Rechner ja vorgegeben. Und dann gehen wir hier rechts rein. Und ganz, ganz wichtig ist, du musst hier den Haken aktivieren bei Freebets verwenden. Wir setzen also diesen Bonus, klickst auf Maximum und setzt also alle 120 Euro, die du als Freiewette bekommen hast. Klickst hier eben drauf auf den roten Button und in dem Moment ist deine Wette bestätigt. So einfach geht das. Du klickst auf Schließen und wir gehen jetzt ganz einfach wieder zurück zur Quotenbulle, um letztendlich dann die Gegenwette noch zu platzieren. So, und das ist die bei BWIN. Da müssen wir, wie du hier siehst, 79,40 Euro setzen auf einen Sieg für Leverkusen. Also genau auf das letzte, noch nicht abgedeckte Ergebnis zu einer Gegenquote von 1,75. Und auch hier kommst du mit einem Klick auf BWIN automatisch hier auf das kleine Symbol zu dem entsprechenden Wettanbieter. So, und dann musst du dich hier, bevor du die Wette letztendlich hier abschließen kannst, noch einmal ganz kurz einloggen. So, und dann müssen wir hier eben jetzt die Gegenwette platzieren. Wir haben ja Gladbach gewinnt oder es ist unentschieden schon erledigt. Also müssen wir jetzt hier auf einen Sieg für Leverkusen tippen. Das siehst du nach der regulären Spielzeit. Hier links soll also Bayer Leverkusen gewinnen. Und die Quote, die Gegenquote 1,75 hat uns der Rechner ausgerechnet. Genau dieses Spiel müssen wir also jetzt tippen. In dem Moment hast du hier rechts dann dieses Spiel verfügbar. Und hier gibst du als Wettbetrag diese 79,40 Euro ein, die eben der Rechner ausgerechnet hat. Du klickst auf Wette platzieren und dann haben wir unsere Gegenwette platziert. Und das ist wirklich alles. Also du übernimmst nur die Daten, die automatisch von dem Rechner ausgewertet werden, kannst das Ganze hier wieder schließen und nur noch abwarten, bis das Spiel erledigt ist und deinen Gewinn einheimsen. Wie viel kannst du gewinnen? Dazu gucken wir jetzt noch einmal kurz zurück auf Quotenbulle. Da hast du nämlich hier die Möglichkeit, diese Informationen, die wir jetzt genutzt und gespielt haben, zu übertragen, mit Übertragen und Speichern in den Winamax-Überblick. Und wenn wir da jetzt nochmal eben reingehen und das Ganze hier kurz aktualisieren, die Wetthistorie, so, dann siehst du eben, dass der eingezahlte Betrag, die Freiwette und das, was wir hier gewettet haben, schon entsprechend eingetragen haben. Und da siehst du auch, wenn die Pro-Wette gewinnt, würdest du 52,60 Euro gewinnen. Wenn die Gegenwette gewinnt, würdest du auch 52,60 Euro gewinnen. Also egal, was passiert, du hast in jedem Fall gewonnen. Und du willst den Beweis? Ganz einfach, wir warten jetzt kurz, bis das Spiel tatsächlich gelaufen ist und dann melde ich mich hier wieder und zeige dir, was du tatsächlich gewonnen hast. Und das ist jetzt hier tatsächlich das echte Endergebnis. In der 1. Bundesliga am 26. August hat tatsächlich Gladbach verloren und zwar 0-3 gegen Bayer Leverkusen. Aber das ist völlig egal für uns, weil wir ja beide möglichen Ergebnisse oder sogar alle drei möglichen Ergebnisse, Mönchengladbach gewinnt, Leverkusen gewinnt oder das Spiel endet unentschieden, abgedeckt haben mit unseren Wetten, die wir platziert haben. Und es ist jetzt so, dass quasi die Gegenwette gewonnen hat, nämlich Leverkusen gewinnt. Und das siehst du jetzt auch entsprechend auf der Wettbörse und ich zeige dir jetzt live eben in den beiden Accounts, dass das Geld wirklich da ist. Du hast es gewonnen und du kannst es dir auszahlen lassen. Also gehen wir schnell hier wieder in die Wethistorie rein und da siehst du ja, was wir gespielt haben. Und du kannst jetzt hier rechts mal eben schnell eingeben, welche Wette denn gewonnen hat, pro oder gegen. Und wir wissen ja, die Gegenwette hat gewonnen, also Leverkusen hat Gladbach geschlagen. Wenn du jetzt auf Speichern klickst, dann wird automatisch hier oben angezeigt, wie viel du denn tatsächlich gewonnen hast. Und in diesem Fall wäre es, dass wir jetzt 52,66 Euro gewonnen haben und das ist reiner Gewinn, den du wirklich nutzen kannst. Zum Beweis, gehen wir jetzt mal in die jeweiligen Wettbörsen rein. Erstmal hier bei Winamax auf die Wettbörse und da siehst du rechts oben, dein Kontostand beträgt jetzt 100 Euro. Und wir hatten ja 100 Euro eingezahlt, haben 120 Euro Bonus gekriegt. Den haben wir allerdings verloren, diese Wette. Das heißt, wir haben noch 100 Euro übrig, die kannst du dir auszahlen lassen. Und bei BeWin ist es so, dass wir die Wette eben gewonnen haben. Da haben wir auch 100 Euro eingezahlt, haben aber entsprechend einen Gewinn erzielt von 152,66 Euro, sodass wir jetzt 52,66 Euro reinen Gewinn erzielen konnten. Also tatsächlich über 50 Euro mit einem Aufwand von vielleicht 5 Minuten. Das heißt, wenn du das nochmal machst, in den zweiten Bonusdurchlauf durchspielst, dann verdienst du nochmal 50 bis 70 Euro. Das heißt, du hast die Möglichkeit, hier 120 Euro reingewinnen, ohne einen Cent Mitgliedsgebühr hier zu bezahlen bei Quotenbulle. Weil du eben diese zwei Bonusdurchlauf hast und die laufen alle ganz genauso, wie ich es dir gerade gezeigt habe. Das ist sozusagen zum Reinschnuppern. Du kannst einfach nicht verlieren und das ist das Coole an dieser Methode. Und du brauchst im Vergleich zu anderen Anbietern durch diese Dutching-Methode wesentlich weniger Startkapital. Du siehst, mit 200 Euro kannst du loslegen, machst garantierte Gewinne und kannst dir natürlich dann hinterher das Geld komplett wieder auszahlen lassen. Und ich habe ja gesagt, wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann kriegst du nicht nur die genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie einfach das wirklich für dich ist, weil du musst es im Grunde nur noch wiederholen, immer wieder und wieder und wieder, immer dasselbe machen. Alles kriegst du vorgegeben von den Tools, sondern ich habe dir auch versprochen, du kriegst noch einen Guthaben, einen Gutschein. Und den bekommst du, wenn du nämlich sagst, ich möchte nicht nur zwei Bonusdurchläufe testen, sondern ich möchte das Ganze 50 Mal machen. Dann zahlst du eine monatliche Gebühr zur Verfügungstellung dieser ganzen Tools und Support über WhatsApp und Co. von dem Team rund um Quotenbulle für 24 Euro pro Monat. Und wenn du den Code eingibst, ich habe einen guten Deal ausgehandelt, Geldideen 10, unten findest du den entsprechenden Link in der Videobeschreibung, dann kriegst du auf eben jedes beliebige Level, mit dem du hier weitermachen kannst, einen entsprechenden Rabatt von 10 Euro Initial. Also ich schenke dir sozusagen 10 Euro, wenn du sagst, ich möchte es nicht nur zweimal machen, sondern zum Beispiel 50 Mal. Also meine Empfehlung, probiere es ganz einfach aus, registriere dich ganz kostenlos über den Link unten in der Videobeschreibung, mach deine zwei Bonusdurchläufe und schau, wie einfach es ist, wirklich online Geld zu verdienen mit dieser coolen Methode. Und wenn du dann sagst, jo, finde ich klasse, dann wechselst du ganz einfach in einen Bezahlaccount und kannst eben, wie gesagt, mit meinem Bonus nochmal 10 Euro sparen. Es lohnt sich tatsächlich, denn sicherer und einfacher kannst du hier mit dieser Methode tatsächlich kein Geld verdienen. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, ob du das schon mal ausprobiert hast, was du von dieser Methode hältst. Und schau jederzeit wieder in die einzelnen Schritte rein, die ich dir gerade vorgestellt habe. Du musst es einfach nur nachmachen. Es ist wirklich so leicht, lass dich selbst davon überzeugen, indem du es einfach ausprobierst. Du kannst im wahrsten Sinne des Wortes nichts verlieren. Nichts verlieren kannst du übrigens auch, wenn du zum Beispiel auf das Video klickst, was ich dir links verlinkt habe. Im Gegenteil, da kannst du sogar gewinnen und zwar zum Beispiel ohne jegliche Vorerfahrung 75 Euro pro Minute mit einer absolut unbekannten, aber ziemlich genialen Geldidee. Also klick drauf, wir sehen uns gleich im nächsten Video.